So, das nächste Ding sieht ein bisschen aus wie ein Friedhof. Oder so. Mal schauen, was passiert. 15 Minuten haben wir gerade für das eine Rätsel. Oh nein, ich sehe ein QR-Code. Ähm, das ist schlecht. Ich mein Handy nicht hier, aber wir müssen das doch jetzt nicht wirklich benutzen, oder? Bitte nicht. Weil dann wäre es schon mal GG. Habe ich nämlich nicht hier gerade. Das ist ein Affe, das kann ich dir auch sagen. Da brauchst du nicht so dämlich gucken. Das ist ein Affe. Oh, hier ist noch so eine epische Tafel. Weiß er auch nicht. Okay. Das ist eine Banane. Oh, hier sind wieder Sachen. Da müssen wir wahrscheinlich wieder Zeugs drauflegen. Und da oben schwirrt das Ding rum. Oh, das ist da eine Banane. Warum kommt denn die Banane hier hin? Muss der die vielleicht haben? Hier ist noch eine Banane. Ein Affenarsch. K, W, was? Wartet, das machen wir gleich. Erstmal eine Banane. Was machen wir mit der Banane? Ich tu die hier hin. Nein. Vielleicht muss ich dem Affen gehen. Hier, Affenmann. Bananana? Oh, es sieht gut aus. Oh, jetzt mümmelt der die Banane. Das ist eine Batterie. Legen wir die jetzt vielleicht auf diese Felder? Ja, nur wozu ist die große Frage, ne? So, dann machen wir hier mit dem Affenarsch. K, W, 7, T, 3. K, W, 7, T, 3. Was? Ah, okay. Muss schnell den Knopf drücken. Dann kommt Banana. Wer kennt die Minions? Ein bisschen, die sind auch ein bisschen scharf. Oh, Bananas. Jetzt haben wir ja schon mal das. Wie geben wir dem jetzt noch eine Banane? Ah, wartet mal. Muss die Banane vielleicht einfach hier auf das Feld so direkt vor denen? Ja. Oh. Nice. Jetzt sitzen die alle hier, oder wie? Jetzt sind die alle am mümmeln. Was machen wir jetzt? Oh, nein. Oh, nein. Bitte nicht. Hier so Intelligenztest. Das? Ich hab keinen Blassenschimmer. Das? Ich weiß es nicht. Das? Das gelbe geht 2 nach... ...in die Richtung. Das blaue 1 in die Richtung. Also das gelbe muss quasi hier sein. Das dann. Boah, nee. Das ist wahrscheinlich alles falsch. Ich bin mega schlecht in sowas. Das kann schon mal nicht sein. Das kann schon mal nicht sein. Das könnte es, glaube ich, sein. Das doch auch, oder? Nee, das nicht. Das müsste das sein. Boah, boah. Okay, wir werden Trick 17 machen. Ich werde das jetzt, äh... ...Trial and Error mäßig machen. Ich bin schlecht. Ich bin sehr schlecht in sowas. Wir werden jetzt alle ausrasten werden. Also hier bin ich mir nicht ziemlich sicher, dass es das ist. Mir wird jetzt schon schwierig. Weil hier ist es auch das, obwohl das ist ja sinnlos. Was hatte ich eben? Eben habe ich das, ne? Dann nehme ich mal das. Hier bin ich mir auch fast sicher, dass es das ist. Und hier bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es das ist. Und das. Oh, okay. Es war nur der Pfeil da falsch. Wir haben eine... Wir haben eine Lupe! Was machen wir jetzt damit? Guck mal, wie die am Mümmeln sind so glücklich. Ach, guck mal. Zwei. Ich bin eine alte Frau. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so geil. Wir brauchen also nicht das Handy. Das ist schon mal gut. Da ist noch einer. Sechs. Noch irgendwo. Ich glaube nicht. Da ist schon mal einer. Null. Was ist jetzt hier mit diesem Handy los? Na gut. Da müssen wir wahrscheinlich gleich irgendwo anrufen. Oder den PIN eingeben, je nachdem. Ah, da oben. Acht. Okay. Got it. Dann geben wir das mal ein hier. Banana! So. So. Zwei. Acht. Sechs. Null. Oh, yay! Jetzt haben wir da die übelsten Apps. Foto. Ach, geil. Jetzt können wir hier Fotobearbeitung machen. Muss das so aussehen wie er dann nachher? Oder können wir uns hier austoben? Hallo. Das nochmal an? Geht ja immer schlimmer. Da. Achso, jetzt muss es einfach so sein wie er ist. Schweine? Oh nein. Ist das hier so ein Farmspiel? Es ist so ein Farmspiel. Kaufe Gold, damit es schneller geht. Kranios. Wir kaufen natürlich direkt das für tausend. Und haben was gebaut. Awesome. Fertig. Wir haben das Geld, ja. Kein Problem. So, Nachrichten. Uh. Er freut sich. Antworten. Wir lieben die. Oh, sie ist glücklich. Okay. Feuer, irgendwann. Müssen wir hier mal drücken? I don't know. Achso, das müssen wir uns nur angucken. Okay. Nein. Werbescheiße. Nein, geh weg. Geht alle weg. Nein. Ich will keine Werbung. Nein. 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 Immer noch nicht. Nein. Boah, wie ich sowas hasse, ne? Error. Okay. Oh. Oh, what the fuck? Das war mega lustig gemacht, irgendwie. Wie kommt man auf sowas? Mal ehrlich. Wie kommt man darauf? Oh. Tschüss. Das wird mit Bananen angetrieben. Oh, da wollten wir, glaube ich, auch hin, ne? Nö. Jetzt geht's da oben hin. Okay. Ist das jetzt schon das letzte Dingens? Kirchens? Oh, er sieht aber mega unglücklich aus. Und hier oben kommen ein paar Haare raus. So. So. Können wir nur das anklicken? Ja, okay. Das bringt uns ja dann jetzt erst... Och, jetzt hüpft er hier so langsam durch die Gegend. Schwerelos. Was ist das? So, muss ich das einfach nur... wegmachen? Sieht so aus. Okay, das ist ja jetzt nicht ganz so anspruchsvoll bisher. Das ist einfach andersrum. Okay. Okay, das ist jetzt noch nicht so schwierig. Hallo? Hier ist nichts? Okay. Ich habe Angst, dass es gleich einfach so aufpoppt. Und dann reagiere jetzt und schnell. Puzzeln! Ich kann gut puzzeln. Wie ihr alle wisst. Ich bin die Puzzle-Queen. Nicht. Die Musik ist ja auch wieder sehr episch. Das ist ja schon ein bisschen tricky, Gora. Okay, das war schon mal falsch. Dann ist es das. Okay, es passiert nichts Schreckliches, wenn man sich mal verklickt. Es resettet einfach nur. Eieiei, jetzt muss man hier schon genau hingucken, du. Das ist ja gemein. Ich habe es gleich. Okay. Got it! So kleine Minispiele, das ist auch lustig. Das ist mega gut durchdacht. Einfach so eine... Nee! Erzähl doch nicht. Geil. Das ist ja mal episch. Wer kennt dieses Spiel nicht? Der muss sofort gehen. Wir müssen auch den da oben treffen. Unbedingt. Ja. Nein. Oh, doch. Oh, jetzt habe ich zu hektisch geklickt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den schon direkt erwische. Nice! Errungenschaft. Ja, geh mal weg. Ich will hier nämlich weiterlaufen. 1900... Dings und 70. Was ist jetzt los? Nee, komm, hör da auf. Das muss man mit Gefühl machen, das ist nichts für mich. Spiele mit Gewühl, du. Okay. Habe ich. Habe ich! Oh nein, jetzt bewegt sich das, oder? Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nichts wie durch! Schneller! Wie heißt der Typ eigentlich? Der hat gar keinen Namen, ne? Los, los! Schneller! Oh no. Aber wir können ja mal schneller furzen als du, du schwarzes Loch auf Doom. Oh, nee. Das geht schief. Müssen wir da echt irgendwie durch? Das fände ich mega doof. Warte mal, ich geh mal da hoch. Und wenn die dann beide unten sind... Das wird auch nicht funktionieren. Ah! 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 Ja! Ja! I hate it. Oh no. Ich dachte schon, das wäre kaputt jetzt, das Spiel. So, was ist hier? Nichts. Wir können direkt weiter. Da hat er kurz ein bisschen gebackt. Nicht so schlimm. Ziel! Wir haben die Affen besiegt, oder so. Wir sind klüger als die Affen. Halt's ab. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, es passiert irgendwas. Okay, ich dachte schon, wir müssen das jetzt nochmal machen, weil wir einfach... Oh no! Was machen die da? Wir müssen die Erde retten. Natürlich. Was wäre ein Spiel ohne so eine Mission? Alter. Geil. Ich kann einfach wild drauf losballern. Losballern? Hör auf. Hör auf. Nehmt dies! Ich will die Kleinen da unten haben. Die dürfen nicht ein bisschen... Die Kleinen sind immer die gefährlichsten. Kann ich die auch abballern? Nö. Kann ich mit auf die Erde ballern? Oh nein! Da war noch so ein Ding zum Einsammeln. Mist. Oh, es ist jetzt frei. Haben wir es freigeschossen? Was ist passiert? Hab ich... Das war's schon. Wir kommen wieder runter. Ja. Easy pup easy, würde ich sagen.